Wie reden wir mit unseren Kindern? Wie mit uns selbst? Haben wir Entschuldigungen für uns? Weisst du so, ich sage immer, Gott schützt meine Gesundheit und die Stinkfalen ausreden, wenn ich irgendwas nicht tun will. Nur, was ist die Sprache? Ist die Sprache nur das Wort? Ist es die Haltung dazu? Ist es der Ton? Warum hören die Kinder nicht, wenn du sagst, bitte nicht lärmen? Was ist daran nicht zu verstehen? Nein, solchen und ähnlichen Gesprächsstoffen, die ja täglich vorkommen, gehen wir nach, schauen, hören, fühlen, was wir besser machen können. Mit ganz viel Paprika nicht einfach schön reden und lassen. Nein, komm aus deiner Zone raus. Sag so, dass ich es verstehe, dass der andere es verstehe, dass deine Kinder es verstehen. Bis ganz bald. Das war wieder die Ruth, die dich ganz herzlich einlädt zu der Gruppe Kommunikation ist mehr als reden. Hashtag Kimar. Genau. Bis dann. Das war die Ruth, dein Coach für mehr Lebensqualität. Bye-bye.